Servus meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu meine Kraft. Ja, ich könnte auch was sagen. Hallo. Ja, wir sind immer noch dabei. Wir sind immer noch zurück und bauen eine Burg. Und ich baue jetzt mal einen schönen Turm, sobald... Jandrix, sind das hier schon die finalen Ecken? Ja, hier mache ich so ein bisschen runder, aber sonst ja. Also hier, wo ich stehe, kann ich schon einen Turm bauen. Ähm, ja. Warte, warte. Warte, mach folgendes. Ich habe schon einen Plan, wie ich den Turm baue, aber danke, dass du daran denkst, dass ich keinen Plan haben könnte. Du hast sonst keinen Plan. Du warst nie so der oder derjenige, der einen Plan hat, also nicht persönlich nehmen. Mach ich nicht, keine Angst. Nein, was machst du da? Warum? Ich baue jetzt einen Turm. Danke. So, lass es mal bitte nacht werden. Also nicht unterbrechen. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Was ist mit nicht unterbrechen? Nacht. Also nicht die Nacht überbrücken. Dann baue ich hier schon mal ein paar Fackeln. Ja, genau deswegen wollte ich ja, dass du das nicht unterbrichst. Damit wir uns das mal angucken können. Also damit ich mir das mal angucken kann. Lassen. So, ich habe hier überall ein paar Fackeln hingesetzt jetzt. Was ist das jetzt? Das war ein Brumm Brumm. Also ein Auto. Ich glaube, du bist ein bisschen in der falschen Welt. Ich glaube, du bist ein bisschen in der falschen Welt. Wer jetzt? Ja, ein Dreck. Okay. Da kann ich nur zustimmen. Was? Ja, kenne ich noch. Oh, das waren Zeiten, Leute. Das kenne ich auch noch. Vor allem mit dem alten noch und nicht mit dem neuen. Den kennst du nicht? Es gibt einen neuen? Wie, einen neuen? Naja, es gibt ja den alten mit... Was für ein Stein ist das bitte, Lukas? Das ist gemeißelter Steinziegel. Das ist mein gemeißelter Steinziegel. Das ist kein gemeißelter Steinziegel. Gibt's denn sowas? Das ist einfach nur, was du da eben hattest. Ich suche es gerade. Ich habe nichts vergessen, was ich gesagt habe. Gut, danke. Hau ab. Ich habe ein Schwert aus Gold. Look at this, ja? Ja? Wow. Wo ist ein Stein aus gemeißelten? Was? Das ist ein Gestein gemeißelt. Er hat ein Gestein gemeißelt. Lukas, der Turm sieht scheiße aus. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Und es muss wieder weg. Es ist zu klein. Ich nehme doch ein anderes Material. Irgendwie passt das nicht. Ja, hab ich auch gesagt. Lass mal den Ziegelstein nehmen. Aber Ziegelstein ist in meinem Texture Pack rot. Nur rot. Nur rot. Ja. Sieht so scheiße aus. Bug! Lass uns mal bei... Was kann man denn gut nehmen? Hier, Ziegel. Steinziegel. Steinziegel? Mhm. Ist bei mir nicht viel anders von der Textur, aber von mir aus, ja. Hier, von der hier. Jaja. Ja, gut. Juti. Max, ich komme nicht besuchen. Hallo. Where do you go? Where do you go? Where do you go? Where do you go? I see you. When I go outside. Ne. Alter, was ist das für eine Treppe hier? Ich hab mit der Treppe etwas übertrieben. Aber ist doch alles gut, oder? Aber sieht cool aus, ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oder? Was wolltest du sagen? Nein, nein. Doch. Sieht sehr bombastieös aus. Ist ja der Haupteingang von da, ja. Maxi? Ja. Ich klau dir mal gleich ein paar Zäune und dann baue ich ein Fundament. Oder soll ich das machen? Weißt du, was ich meine? Du klaust mir ein paar Zäune und baust dann ein Fundament? Hm. Ich zeig dir das mal an. Ich zeig dir das mal an. Vielleicht kapierst du dann, was ich meine, ne? Ich hab hier sowas, du meinst. Wo gibt's die Wertstoffe? Ventrock, Beförderung, verschiedenes... Wo gibt's Zäune? Da. Da, Blume. Blume. Du kannst auch ein Fundament aus Blumen bauen, da bist du aber eher in der Abteilung Kippie. Blume. Blume. In Blume. Oh Gott. Hallo. Oh, äh, Lukas, hast du das nicht mit etwas übertrieben mit den Wackeln? Ich wollte, dass es hell ist. Wie war das noch? Man macht die Nacht zum Tag. Oh, das hab ich irgendwo gelesen. Ich glaub, es war an der Bravo. Äh. Oh, das steigt sehr. Maxi, würdest du da weggehen? Ich setz hier gleich überall TNT in, wenn du da... Danke. Leute, der wird auch für mein Mikrofon übersteuert. Also mein Lautsprecher, für mein Mikrofon. Ja, mein Lautsprecher auch. Na, ma, 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 ma. Pink Panther, dem nächsten Kino. Blas und Block. Ups. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. da haben wir letztens gekauft hier auch gut wird er scheiß nur werden und Nokia ich gebe gleich Nokia und bei der Gäste habe ich aber ein Loch im Kopf er ist eine Bild alles geht kaputt Prozent ja nein ich heiße Nokia und ja Maxi was sagst du dem was hier gebaut aber auf anderen Seite also unter der Brücke, warte ich bin noch nicht fertig, guck noch nicht, guck noch nicht, ich hab mir gesagt du musst noch nicht gucken Maxi ich guck auch noch gar nicht, ich baue gerade die Treppe weiter badadabab badadabab aber inzwischen muss man ja total drauf achten wo man die Treppe baut also wo man genau ansetzt badadababab ähm Maxi jetzt kannst du unter die Brücke gucken oh das sieht das sieht geil aus, das sieht ja so ein bisschen aus wie Harry Potter ja da hab ich das ja auch von Harry Potter Map soll ich die vier breit machen? oder so lassen? mach die doch nur oben ein Stück breiter also in der Mitte mach sie hier unten dünner und oben hin breiter ah ok verstehe was ich meinst aber jetzt gehen wir hier erstmal oh man ich bin zu sch... ich brauche eine Maus wo man schneller klicken kann oder mit den Finger trainieren ok Lukas wie läuft es bei dir? läuft gut hast du ne Freundin? Spaß ich hab gesagt ich soll mal wisst labern da muss man das auch mit den Konsequenzen aushalten Konsequenzen? oh ich hab damit kein Problem mit den Konsequenzen was ist da los? mit der Freunde so wie findet ihr den Turm? nein Spaß er ist noch nicht fertig, nicht gucken wat habt ihr eigentlich immer alle, dass wir nicht gucken dürfen? Ici mach ich hat jetzt mal 4 hoch und dann dürfte das passen in 2 Ich mag vin die Idee wir könnten vin Warte mal, mit Christian haben wir das mal gemacht, haben wir eine Portal Map gemacht und am Ende gab es tatsächlich so einen Kuchen mit der Aufschrift The Cake is Alive So, ich muss mal kurz stehen bleiben, irgendwie, wenn ich mich bewege, friert es an So, jetzt geht es wieder, zwei Mortal Kombat Ähm, ja, meine Friends da draußen Wollen wir mal eine Umfrage machen? Worüber? Ne, das ist nur so eine Idee Jo, Ideen finde ich cool Du bist derjenige, der hier für Gespräche sorgen soll, also überleg dir dann mal was, wenn du es schon vorschlägst Ähm, 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 ähm Ach das, ja, das, äh, ne, das ist leider im Moment keine gute Idee Wer von euch spricht eine Sprache Die nerdisch ist? Die nerdisch ist, und damit meine ich nicht nördisch, sondern nördisch Ja, ja, ich auch Sowas wie klingonisch, oder? Mandor Oder huttisch, wobei es da noch nicht mal ein Wörterbuch gibt Ja, das ist akrotronomisch So, äh, alt, da muss ich los von dir, so wie Alexi Bekschi Oh, oder schwägisch Gibt's was? Schwägisch Ja, ja, zieh dir meine neue Cap rein, yeah Bin ich voll fett, alter Spaß So, Enderman, geh weg Da Also irgendwas ist krass Warte, jetzt hab ich die Tür kaputt gemacht Irgendwas ist krass mit Minecraft Sobald ich mich bewege, hab ich nur noch 7 bis 8 Frames Hm Oh, hat da jemand keinen guten PC? Lukas, du hast die Tür vergessen Das ist kein vergessen Das ist ein Vorausblicken So, und mit dem Vorausblicken Verblicken wir jetzt voraus in die nächste Folge von Minecraft Oh, ey, das war die beste Ciao Ciao, Lüchen Ciao